So Freunde, neues Video ist am Start. Heute gibt es wirklich eine ultra verstörende Story, denn ich hatte letztes Mal wieder ultra die Langeweile und war dann wieder im World Wide Web unterwegs und habe ein bisschen rumgegoogelt, ein bisschen rumgesearcht. Ich hatte einfach ultra die Langeweile und bin dann auf eine ultra, wie oft habe ich jetzt schon ultra gesagt, verstörende Story geraten. Und ja, ich komme jetzt direkt zur Story. Ihr habt schon einen Titel gelesen, Zockerabend eskaliert und endet im Krankenhaus. Und ja, ich habe da auch eine Nachricht gefunden bei GameStar oder sowas. Die haben nämlich so einen Bericht geschrieben über einen Zockerabend, der in Österreich stattgefunden hat, ich glaube es war 2014. Und da haben fünf Jungs sich getroffen abends und haben eine ganz gemütliche Zockerrunde gemacht. Ihr kennt es, denke ich mal, wenn ihr euch mit euren Kollegen trefft und irgendwie Fifa-Zockerabende macht oder so eine COD-Laden mit ein paar Kollegen, die dann ihre Bildschirme mitbringen und dann einfach zockt und zockt und zockt. Und ja, bei so Fifa-Abenden kann es auch schon mal vorkommen, dass es irgendwie ein bisschen Alkohol im Spiel ist, etc. Und genau so war das bei dem Zockerabend in Österreich. Fünf Jungs haben sich eines Abends getroffen und haben zusammen ein bisschen gezockt und haben Alkohol getrunken. Und wie es dann so kam, sind sie sich irgendwann gegenseitig, sind sie sich auf den Sack gegangen, haben sich irgendwie gegenseitig beleidigt und angepisst, haben sich verbal beleidigt. Und auf einmal eskaliert der Abend komplett. Der eine, es ist wirklich, Jungs, ich kann es gar nicht, ich kann es gar nicht erzählen, das ist wirklich unglaublich. Der eine Junge hat, es waren glaube ich 20 bis 23-Jährige da, 22-Jährige hat den 23-Jährigen sein fucking Jungs. Lehnt euch wirklich, lehnt euch zurück, haltet euch fest. Hat sein fucking, sein fucking Freund ein scheiß Ohr abgebissen. Er hat ihm ein scheiß Ohr abgebissen. Und als er, als er das Ohr abbeißen wollte, ist der andere Kumpel so mit einer Glasscheibe angekommen, wollte ihn davon abhalten, irgendwie abstechen, was weiß ich. Und hat sich dabei selbst den Arm noch aufgeschlitzt. Und ja, daraufhin mussten die beiden dann ins Krankenhaus und das Ohr wurde zum Glück wieder herangenäht. Aber ohne Spaß, was geht da ab, wie kann man sich so sehr, wie kann man unter Freunden sich so sehr hassen durch Spiele, dass dann sich ein scheiß Ohr abbeißt. Stell euch mal vor, ihr seid euch mit, seid mit euren Kollegen irgendwie da, abends zocken müssen, trinken ein paar Bierchen. Und auf einmal rastet ihr irgendwie aus, ein FIFA oder was weiß ich, und ein Kollege kommt an und beißt euch einfach euer scheiß dreckiges, verwichstes Ohr ab, Alter. Was muss da abgehen, was muss da für ein psychischer Hassdruck, was weiß ich, auf einem lasten, dass man so zu so einer Aktion fähig ist. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dieser Story, ich musste die einfach mal auf YouTube erzählen, keine Ahnung. Ich fand die einfach ultra, will es schon auch ultra verstören, irgendwie, da haben wir wieder zweimal ultra am Start. Aber juckt uns ja nicht, lasst ein Like da für mehr solcher Storys. Ich denke, es gibt aus Amerika noch absolut behinderte Zockerabende, die übertrieben eskaliert sind, die echt witzig sind, mehr oder weniger. Also, falls ihr da noch ein paar Storys sehen wollt, lasst ein Like da, dann suche ich da noch ein paar raus. Und ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Schaut am Sonntag oder am Mittwoch, was weiß ich, wann das Video jetzt auch online kommt, beim nächsten Video vorbei. Haut rein, Jungs, und ciao, ciao. Pschu.